Katzen im Hals, Katzen im Hals, sie gaben Katzen im Hals. Der Lockdown war am Anfang doch ganz lustig. Das Dunkelkrepel vom Alltag gab's zu tun. Doch hier gewann und alles nur noch lustig. Ich fragte mich, verdammt nochmal, was du? Die Haare buchten immer mehr, da musste noch ne Maske her. Die Kinder sprangen uns auf die Nase rum. Das schöne Leben sofort vertagt hat dich gemacht, ganz abgesagt. Ich wünschte mir, die Krisezeit wäre endlich schon. Wann wird's mal wieder in die Luft gehen? Das Leben hier ist früher dein Pumat. Mit den Konzerten ausgehen, Reisen und Theater. Und nicht so doll ausgebremst wie in diesem Jahr. Das wäre wirklich ganz doll. So, weiter geht's schon. Anhalten! Das ist eure Kondition geblieben. In Emsland sagt man, die Kerkassekultor. Das bedeutet, ein richtiger Mann hört nicht auf seine Frau zu verwöhnen. Wie viele Kilometer haben wir jetzt geschafft? Neun. Neun. Ja, das lief nicht von vornherein so geschmiert. Wir mussten neun Kilometer laufen. Danke, Tobi. Ries jetzt mal Text auf. Ich glaube, das waren die härtesten Dreharbeiten, glaube ich, in der ganzen Kratzen im Hals. Für mich nicht. Für mich ging's eigentlich. Das ist mir noch ganz entspannt. Heute ist wieder Gewinnspiel-Monday, Freunde. Was kann man gewinnen? Ich weiß es gar nicht genau. Ganz doll. Zwei Freikarten für eine Show-Love-A-Lew-Show-Euro-Wahlen. In Holland. In Holland, ja. Oder im Emsland, ja. Genau. Im Emsland, tatsächlich. Also, wenn wir wieder auftreten, kein Problem. Diesmal machen wir es neu. Und diesmal verlosen wir diese Freikarten unter denen, die diesen Beitrag mit diesem lustigen, apricotfarbenen älteren Herren teilen. Teilen. Ja. Verbreiten. Also, so wie der Virus das vorgemacht hat. Also, teilt aktiv diesen Beitrag und dann kommt ihr in die Verlosung und könnt zwei Freikarten gewinnen. Für Laliu, ne? Oh, eine Stimme plötzlich gelesen. Das ist auch gar nicht Karel. Das ist Tobi. Ist das Tobi eigentlich? Ja. Bis Mittwoch.